hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge von super mario maker 2 story in der letzten folge haben wir insgesamt 600 münzen gehabt und konnten dann wieder die ja den anfang von dem schloss weiterbauen in der letzten folge in der ersten folge die nicht anschauen ist dieser hund aus versehen aus versehen auf die auf den reset knopf gegangen und das ist alles kaputt du machst du hast da was sagen sie dazu zu mir hier braucht das ding wieder auf dann ist ja nicht so schlimm hat das ist sein so ein fazit dazu dort wird von mir dass man die meint mein ganzes gehalt abziehen und deshalb muss ich jetzt erst mal arbeiten gehen ein profi tipp in der auftragsliste kannst du drücken um zu blättern noch nicht erfüllte aufträge an zu zeigen ah ja okay war heute mit spukhaus wirrwarr immer sogar 150 diesmal also ich habe da so ein spukhaus gebaut aber die sache ist die ich finde nicht mehr heraus irgendwas stimmt hier nicht könnte mir vielleicht jemand helfen bitte von popstar 1 okay das hat mir wo der hammer hängt ja genau und vielleicht ist das ja sogar ein toad den wir retten müssen dann habe ich die falsche todstimme gehabt ah ne ist kein totzeichen noch nicht ich mag diese geisterhäuser vor allem in mario world steel sind nice wie komme ich an dem ich bräuchte joshi um den zu bekommen das sind die neuen galumbas oder warst du mal das sind das weiß ich will die heißen auch sind das sind das neue gummas die sowie rote kupas funktionieren joshi ich wusste es joshua ist wieder dabei alle weg haut ab klein vier sei hier tschüss oh nein joshi was war war die kundin kill der hat man joshua umgebracht leute was kann das nur wagen aber jetzt weiß ich zumindest was ich machen muss zack gepär du jetzt auf die richtige seite schmeißen die nach unten und bäum ok und ok da fliege erst mal zehn jahre ich muss ich muss das mal gucken das habe ich jetzt nicht gerannt ich muss mal gucken was du überhaupt meine was was wenn man eigentlich von mir hier geht's doch noch mit dem piece ausprobieren ok was du immer das ist für ein effektor ist cool ok bonus zehn minzen aber jetzt habe ich kein piece switch mehr und jetzt kommen nicht mehr weiter oder wie der responde ja dann entdeckt ok coole effekte nintendo bleibt ja aber echt spaß gehabt damit kann das sein du ich brauche die ps wird stür das schon ein geiles secret ich brauche die tür kurz jung reichkeit mit dem hh ausgetrickst tricks ich das schieße ich euch das level ja super ich muss sich da lassen ach so gott oh gott verschwindet jetzt verschwindet ich hab sie das ist für die starke und jetzt komme ich nicht mehr raus natürlich komme ich raus bin so cool ich guck mal raus ok das hände ist hier sein das ende des levels tun fragezeichen ja wir haben insgesamt 100 münzen wenn man sich mehr bekommen können aber ist egal ok leute ein moment ich werde hier kurz einen kleinen cut machen ok wir haben genug münzen ach so stimmt ich muss es mal warten ich kann schon weiter bauen die anderen sachen aber dass das sehr hilfreich 4 prozent haben wir sogar schon vom schloss fertig gebaut ich würde sagen wir machen das nächste level der münzkeller launischer geld sack ich sehe gerne anderen beim schuften zu um mich daran zu ergötzen dass ich selbst nicht arbeiten muss zu diesem zweck habe ich im untergrund münzen verteilt würdest du nicht da untersteigen und alle aufsammeln und den rest habe ich nicht lesen können weil ich aussehen auf alles habe ok dann sagen die münzen 30 münzen gibt es insgesamt das sind das ist nicht so viele ok wir sind für die uhr ziel der die toller keller den hast du schön hintergrund interessant der stehren was was hast du gesehen das warum warum habe ich schon effekt gehabt was die riesen können dadurch okay ah ja interessant auf jeden fall online das ist ein seltsames level aber coole idee echt coole idee ich habe nun leider keine hüpfelz wenn ich mich jetzt treffen lässt dann war es das es gibt auch keine leiter gibt es den nicht nein nein oh lol stimmt wenn wenn irgendwas in meinem das muss ich jetzt werde alles neu sagen auch ich musste schon alles neu sammeln natürlich ja wenn einer in der röhre ist weil ich mache das jetzt auch zuerst weil ich kicken pilz und ich kriege einen stern dann mache ich erstmal das hier das triggert mich jetzt schon irgendwie ja wenn ich jetzt in der röhre bin und jemand anderes auch in der röhre dann ist es im moment dann ist das egal weil ich die sachen alle nicht was ich bin in die türe warum fähig so ich warum fähig so ist so peinlich hey haupt nein ich krieg ich will ich nicht du in die hau ab okay egal was gibt es hier kommt das erst mal an so und nein lass mich bitte in ruhe oh mein gott warum ist hier ein boss online online ich will nur die münzen haben ich brauch dich nicht hier kann ich hoch hier ist kein gegner dann muss ich muss jetzt aufpassen weil die gehen jetzt natürlich in die röhren rein ich aufpassen dass ich nicht aus versehen genau dann im moment auch in ihre reingehe wenn ihr versteht was ich damit sagen will nice so stern brauche ich für diese tür richtig das war doch die goombas so ein kummer können wir leben lassen wenn wir schon nicht können und jetzt sage ich in der welch sterben wetten werden ich da jetzt gesagt habe dass ich nicht sterben werde war nicht den top den kommen soll hier sind die letzten sieben münzen das ist eigentlich relativ einfach gewesen habe ich das gefühl gehabt also hier hatte ich gar keine probleme man muss natürlich aufpassen eine fehlt mir noch eine kohle oh gott oh gott so passt das ok haben alles habe in die ruhe jetzt gibt es noch münzen das wäre es jetzt wenn hier noch münzen nein kann gar nicht sein und hier haben wir aus irgendeinem grund das oberste erreicht ok ich wollte jetzt schon zur hälfte vorbei ist der so schnell aber okay wir haben jetzt genug münzen um eins der beiden linken oder rechten seiten zu bauen ja das hauptgebäude wird weiter gebaut werden sechs prozent des schlosses fertig sort hat bauen wir doch den westflügel e.g. ja und da wird gebaut drei dauert das naja ok und der grüne torte kümmert sich darum ah ja ist dann keiner mehr das kann wieder taugt mehr du ok weiter geht's ok wir haben die erste seite durch zweite seite ketten greifer trim dich fahrt von hit mc ich habe mal einen richtig coolen ketten greifer kurs angelegt wer es ins ziel schafft kriegt eine belohnung wenn du in einem ketten greifen schwinge mit dem stick links rechts hin und her und springe mit b ab ok mario das dreistil ist jetzt haben wir bis auch jetzt alle ziele gesehen auf dem das hat man auch im trailer gesehen das war das war in dem trailer als man die dinge vorgestellt hat die greifer die mag ich diesen cool das ist echt cool das level warum werde ich da automatisch stern power ich verstehe das nicht kann man das bitte einer erklären warum das so ist ich will die münzen haben ich will das mal alles oh lol ich brauche einen von euch meine brüder okay einen habe ich einen habe ich das ist doch eine supine pilze lecker das passt und das ziel nice cooles level hat mir sehr gefallen so fast 400 münzen schade dass wir nicht genau 400 münzen sonst können wir jetzt weiter bauen neun prozent krass haben schon neun prozent leute ok schu schu schubi du ist ein einfaches level von hit dj schuhgummers können ganz schön nerven aber wenn ihre schuhe klaut aber wenn man ihre schuhe klaut kann man über stacheln gehen wenn du ein anderes modell anprobieren möchtest steig einfach mit hilfe von er aus mit den großen varianten kannst du in der luft eine stammattacke ausführen wie cool ist das denn bitte es gibt sogar den damenschuh man macht andere sounds man kann sogar flügel hinzufügen dann fliegen die für eine kurze zeit die sind sehr wichtig für meine reise ich brauche ganz viele ok untergrund nein nein böse aus dankeschön böser und nicht noch mal ich bin cool krass man das braucht ein riesenschuh ja da können wir diese fressen die fressenden staub dinge ich habe noch einen anderen damenschuh egal es ist meine riesen damenschuh nur weg jetzt kann ich keine stoff attacken mehr machen wie sollte ich aber machen können ein moment leute ich brauche meinen riesenschuh aber ich brauche nicht schreiben ich meine ich habe ein fliegender fliegender ich will den namen ok ja ich bin etwas ruhig weil ich was sagen wollte habe ich vergessen was ich sagen wollte und jetzt wissen ich bin mir peinlich so läuft es so sieht es aus ich bin so scheusen ich bin so scheusen kommt man darauf da kommt man rauf aber ist es nicht ganz so leicht aber ich habe es geschafft doch gut wenn sie nicht kaputt bereich brechen aber es war nicht schlimm okay hau ab dass mich durch dankeschön yes ziel boing 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 ja ich habe ein zwei level spieler noch damals wollte und boom hauptgebäude eg fertig 13 prozent kann man darauf hier rein das hervorge können man reingehen sauber das erdgeschloss das erdgeschoss des hauptgebäudes war wäre schon mal fertiggestellt er sieht von dem genius der bauleiterin ihr unwürdigen hauptgebäude ja wenn du das ganze schatz beachten möchtest drücke den rechten stick rein baumal das hier weiter jo mach doch mal dring dring ptsch ok das ist sich reindrücken willst du was ich mach der blaue totkommensicht drum okay naja kann ich rauszoomen mit ok das haus der vielen schlüssel 200 ist aber etwas schwerer popstar 2 hey ich habe ein echt von die spukhaus gebaut ganz schön gruselig aber wenn das ziel erreicht geht nicht leer aus versprochen dafür braucht man allerdings mindestens vier schlüssel ok schwere level natürlich dazu und die müssen wir auch spielen so ich habe es auch nicht zu sagen dass er aber ich würde jetzt noch diesen level ist die folge die wieder beenden kein pitt ist also sehr lieb für euch doch er wäre der erste schlüssel okay ein kleines rätsel noch nichts nehmen noch nichts nehmen was kommt daraus da kommt nichts raus oder kann ich rein okay das ist wieder so ein spiel nein 99 du spaß betrug ich werde sterben ich sehe es schon ich werde durch den bruder sterben das echt fies ich habe schwer gerätet da habe ich mal sterben ausreden ausreden ja ich weiß gerade eine gute fungierende spieler mal schon beim fungierende okay ja versuchen wir das noch mal wenn man sieht man da oben was kommt das habe ich gar nicht gecheckt das war nur so für deko diese diese laufbände obendran keine ahnung ich es schaffen soll ohne davon getroffen zu werden von dem typen aber wir haben die münze die schüssel mal nicht und damit ein grandioser sieg für mich so jetzt würde ich gerne wieder nach oben kommen wir den pilz wieder schnappen ist ja auch ich meine warum fragezeichen gekommen ja zum einsatz aber so schnell ist das neu sind die so schnell gekommen ist nur so für mich so wie soll ich überhaupt hochkommen ich brauche dafür glaube ich den trampolin was gibt es denn hier ich brauche ich für den anfang wahrscheinlich eigentlich für die buch wahrscheinlich den powerblock benutzen sollen aber ich verstehe jetzt wieder ich verstehe es jetzt mal nicht und go was soll es passt alles die folge verse aber wie war uns noch ein wenig weiter du 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 was zum okay ich bin etwas verwirrt okay naja egal 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 ist egal okay zwei minzen schlüssel meine natürlich trampolin bräuchten war und den power block nehme ich auch mal mit ich kann nicht beides mitnehmen ich brauche den power blocker ähnlich mit dem versuchen ob ich euch kümmern ja super funktionieren wir sagen die spon die dinge wie spawnen das habe ich nicht gewusst das habe ich nicht gewusst aber ich bin mir sehr sicher ich brauche hier den trampolin um da hoch zu kommen ich wollte den ablegen die wollen mich dumm nein gebe die trompeten schwergebot hier das hier wird nach mit dem akt für die münzen mache ich alles was was muss ich nur hier hoch springen wenn ihr alle weg sind zu spät jetzt als pass heißt da muss doch was sein wirst zum hänke mache ich etwas falsch nicht dass ich wüsste auch jetzt okay cool oh gott schnell bauen wir uns bauen wir uns was gäbe es eigentlich hier gibt es drei weitere aufgaben was schaue ich mir jetzt an ich schaue die lukes an ich weiß ob ich die machen will aber kann mehr schlüssel aber kann sich hier aufgaben aussuchen hier brauchen wir sogar den power block für das mal eben ich würde das zeigen das ist ja interessant bevor ich hier doch sterbe hole ich mir erstmal wieder ein pilz da hole ich mir erstmal kurz den pilz ist eigentlich voll cool und ich habe natürlich die schwersten genommen oder die ätzigsten super ja ich weiß ich würde es länger egal dankeschön so da kommt jetzt rüber da bist du nach oben eigentlich sehr sehr einfach man muss so drauf kommen aber ich habe schon mal gesehen was so funktioniert hatte jetzt haben wir die ganzen kinder bei uns ähnlich wie bei joshi mit den eiern und hier hier ist wahrscheinlich trampolin oder oder was muss ich hier machen Stern gibt es doch gar nicht und ich habe treffer kassieren müssen Da bräuchte man ich weiß es nicht ist mir jetzt auch egal dass man jetzt nicht vielleicht einfach hinten lassen oder so Was hier Also war ah 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 ich verstehe ich verstehe Es ist schwer aber 9 aber ich brauche noch ein zweites trampolin ah ok das mal noch eben Ihr habt das mal noch eben ich weiß die folge ist jetzt 25 minuten insgesamt lang glaube ich aber das ist mir egal ich mag das level ist ist gott cool die idee ist nice so den muss ich auf den anderen drauf jetzt genau Das ist doch cool So was habe ich auch sowas ähnliches habe ich auch schon mal gemacht Und nice Ein schlüssel fehlt und zwar aber wir brauchen ja nur vier und da kriegen sogar noch einen weiteren also wir haben zwei zu viel Ist egal Ist wirklich komisch Ach so ja sorry ich muss ihn ich hab's vergessen ich brauchst den p-switch April in den p-p-p-switch Wie viel ist die geschütze kann ich habe so viele Uff dauert das Warte was gibt es ein anderes da gibt es noch was nein Okay Schreibt mir einfach in die kommentare was es da gab da wäre es nicht noch mal nachgucken das mache ich jetzt nicht Toller dass die folge jetzt 15 minuten lang ist aber hat sich gefallen dann würde mich eine positive wertung auf jeden fall freuen ich hoffe ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei wenn es heißt mario maker 2 story mode und der westflügel eg ist nun auch fertig gebaut 16 prozent haben wir das spiel durch wir sehen uns Yes